Wir rocken halt einfach mal wieder den Doppel-Healer, ja? Und rein da. Oh, komm, aber ich schiebe doch gut rein hier. Hahaha. Ja, ich hab ihn mit meinem Kuh getötet. Äh, kann links. Drauf da. Äh, easy. Alter, was krieg ich denn da? Was ist denn das für ein Sound, alter, wenn ich meine Schüsse hätte? Also dieser übertrieben laute Sound. Oh shit, sorry. Oh no. Ja, ich konnte da nicht, ich konnte da nicht laufen. Nö, tschüss, ich bin raus. Scheiße, ich hab mich einer von Fehlkunde geschlagen. Ja, ne Old. Das ist ja wieder ausgeschlossen. Ja. Ja. Nein, Tyler. Nein, Tyler. Oh, die sind alle links da drin. Ich hab glaube, wir legen uns überlegen. Ja, 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 ne, jetzt nicht mehr, ich bin da. Äh, warte mal kurz. Oh, ich versuch durchzupushen zu dir, aber das ist schwer. Ja. Nee. Nein. War es zu weit vorne. Wir sind hinter uns und ich kann nichts dagegen tun. Oh no. Ja. Äh, sehr gut. Da wird ordentlich reingehielt. Rein da. So, rein da. Ey, der war, pusht der Khan zu uns rein. Ich glaub, es hat bei dem. Khan pusht hier rein. Okay, okay. Alles gut. Wir haben ein richtig fettes Problem hinten. Sehr gut, aber wir machen das. Okay, alle, alle hier gut mit Heel ausgestattet, einfach weil der Heel einfach da ist, ne? Nicht den, nicht den, nicht den, nicht den töten, den. Ho, wenn zwei Heeler auf einen Lex durchheilen, ey, die haben keine Chance. Okay, jetzt bin ich bei dir. Jetzt können wir in Ruhe durchgehen. Okay. Pippe sind uns. Pippe sind uns. Ah. Yay. Ja. Zack. Easy. Brock ist in dieser Hülle. Okay. Wir können einfach absolut nichts dagegen tun, dass wir das Payload pushen. einfach weil der Heel zu krass ist, ja? Zwei Heeler. Jetzt hier, Ult. Ah, okay. Die scheißen halt komplett auf meine Ult. Shit. Healing. Verweck. Ja, ja, egal. Ist es easy. Easy Healing. Der, der Victor ist low. Glaube ich, ja, ist er. Ah, nein, ich bin tot. Ich wurde getötet, während ich Victor getötet habe. Ja. Das schaffst du alleine. Na, denk. Na, na. Na, na. Jetzt kann ich das ziehen gerade alle. Ne. Denke, was, was das für ein Spray hier, Alter. Holy Shit. So, wenn dein Spiel einfach scheiße ist und die ganze Zeit leckt, dann mach einfach ein paar sexy Sprays rein. Hm. Da läuft schon wieder, gell. Äh, wir werden von, äh, wir werden ge... äh, flanked. oder die sind alle hier außen ja ich kann hier prozentige ja ja ich kann jetzt ballern zu jeder Seite werden dann kriegen die Subjective noch easy Kahn ist rechts außen ich könnte die sich die Lingen die sind die Arten alle hier drin so ein bisschen vor dass ich dich halten kann die Schöße was wollen sie tun hin sie können euch nicht töten nur ich halte ich einfach selbst in koga gegen sehr gut die flanken von links gleich ich konnte nicht gegenhalten von neun alter ob ich halte nein ich lebe ich habe noch nicht sehr gut da ist einfach da ist einfach das healing da wir müssen aufpassen die flanken sind da rechts oder links ne komm zurück wie von wo aah wenn du drauf kommst auf den punkt kann ich rein ulten ich kann auch nicht drauf ok so ein schrott war am flank die immer so ich muss ein bisschen rauskommen sonst kann ich dich nicht und ja jetzt hat victor mich gut da wird reingeheilt wieder hier sehr gut ha 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 wird den karen getötet weiter ich heil halt einfach so rein pip pip direkt auf ja sechs healing mache ich auf den wenn der kauer jetzt reinkickt dann wird es hart nein 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 oh oh ich muss mich verstecken ja hau ab pip was mit zu tun over time geh weg hier dieser pip regt auf der geht immer auf mich der hat verstanden dass ich zu viel heil das ist ein problem gut und double kill schmeckt yippie das ist gut das ist gut was auf alle kommen hoch ja 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 oh nein ok ich kann nicht noch weiter gehen wir haben wieder einen kleinen bug hier die leben halt alle noch kann es bei mir drin kann 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 warte 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 ja ja gut 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 ja wir haben den wir haben den wir haben den ja wir haben den wir haben den wir haben den ja das schaffen ja applaus das war mal eine richtig stabile runde du bist wahrscheinlich schon bester healer scheiße nein oder ja ich bin bester healer 140.000 healing da krieg ich einen applaus für oder ja aber die eu die hat auch 90.000 damit du das zu den vergleichswerten von den anderen ausschaut ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017